Hallo und Herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Dichte Teil 1 Definition. Du kennst bereits die Größen, Masse und Volumen. Nachher kannst du die Definition der Dichte und du verstehst ihren Sinn. Der Film besteht aus 4 Abschnitten. 1. Oma Martas Frage 2. Masse und Volumen 3. Die Formel 4. Drei Beispiele 1. Oma Martas Frage Wenn sie gute Laune hatte, fragte Oma Marta oft. Was ist schwerer? Ein Zentner Papier oder ein Zentner Blei? Manche antwortete spontan Blei natürlich. Darauf hatte Oma Marta nur gewartet. Beides ist gleich schwer, pflegte sie triumphierend zu antworten. Hinter dieser kleinen Geschichte verbirgt sich ein ernsthafter naturwissenschaftlicher Hintergrund. Wir können ihn ergründen, indem wir zweitens Masse und Volumen betrachten. Wir wollen einmal zwei Gegenstände betrachten, die aus dem gleichen Stoff bestehen. Hier haben wir einen Würfel und im Vergleich dazu einen Quader. Der Quader hat das doppelte Volumen des Würfels. Die Verdopplung des Volumens führt zur Verdopplung der Masse. Nun betrachten wir einmal verschiedene Stoffe. Das Volumen dieser Stoffe soll jeweils gleich sein. Wenn die Volumina gleich sind, dann hängt die Masse nur vom Stoff selbst ab. Nehmen wir an, es handelt sich hier um die Stoffe Titan, Kupfer und Gold. Dann hat der Titanwürfel eine Masse von 200 Gramm. Der Kupferwürfel ist doppelt so schwer, mit etwa 400 Gramm. Am schwersten aber ist der Goldwürfel. Er ist viermal schwerer als der Titanwürfel und immerhin noch doppelt so schwer wie der Kupferwürfel. 3. Die Formel Die Dichte ist der Quotient aus Masse und Volumen eines Stoffes. Also Dichte ist gleich Masse durch Volumen. Man verwendet auch die Formelzeichen. Die Dichte ergibt sich als M durch V. Dieses seltsame Zeichen ist ein griechischer Buchstabe und bedeutet Rho. Die Einheiten der Masse kennt ihr gut. Meistens verwendet man Kilogramm oder Gramm. Für das Volumen werden am häufigsten Kubikmeter und Kubikzentimeter verwendet. Dann ergibt sich für die Einheiten der Dichte Kilogramm pro Kubikmeter und Gramm pro Kubikzentimeter. Je größer die gemessene Masse und je kleiner das gemessene Volumen eines Stoffes, umso größer ist seine Dichte. 4. Drei Beispiele Nehmen wir Silber. Ich habe davon einen kleinen Silberbarren. Wir wägen ihn. Seine Masse ist 10 Gramm. Das Volumen können wir durch Messen bestimmen. Der Barren hat ungefähr Quaderstruktur. Wir erhalten 0,95 Kubikzentimeter. Oder nehmen wir diesen Holzwürfel. Wir wägen ihn aus. Seine Masse beträgt 31 Gramm. Sein Volumen können wir schnell durch Messen und Rechnen bestimmen. Wir erhalten etwa 43 Kubikzentimeter. Wir dividieren die Masse durch das Volumen und erhalten etwa 0,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Als letztes dieser Stressball aus Kunststoff. Wir wägen ihn aus. M gleich 31 Gramm. Das Volumen kann man aus dem Durchmesser erst in der 10. Klasse berechnen. Ich tue das hier für euch. V ist etwa 180 Kubikzentimeter. Die Dichte roh berechnen wir als 31 durch 180 und erhalten etwa 0,17 Gramm pro Kubikzentimeter. Man kann sehr schön erkennen, dass die Masse allein die Dichte eines Stoffes nicht bestimmt. Und auch das Volumen allein liefert keine Aussage über die Dichte. Erst aus beiden zusammen, aus dem Quotienten von beiden, erhält man sie. Die Dichte roh ist eine Stoffkonstante. Jeder Stoff hat eine bestimmte Dichte. Das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss.